Ich profitiere halt schon davon, dass, und Whoop und Adidas sind ja schon nah aneinander, also so, die sind eigentlich, kommen die klassisch aus einer Hero-Marketing-Situation, würde ich sagen, wo sie hoch erfolgreiche weltmeisterliche Sportler, aber auch IWC, aber auch Porsche, also so ist eigentlich immer das Gleiche, dass ich so der Normalo bin, der Achiever, also diesen Begriff, den gibt es in der Whoop, die nennen mich immer Achiever, jemand, der sich was vornimmt und das dann aber auch schafft.